Hallöchen Leute, willkommen zurück zu HiWOWOWER's, den Abenteuer-Modus. Ja, ganz schmählich und langsam decken wir immer mehr die Karte auf. Wundert euch nicht, ich habe jetzt offscreen mal ein paar Missionen, die ich vorher auf Rang B hatte, auf Rang A gemacht. Jetzt nicht sonderlich viel oder auch nicht großartig besonders. Ihr seht ja auf der Karte jetzt, was vorher Silber war, da ist jetzt Gold und so, könnt ihr ja jetzt selber sehen. Wir machen gleich mal munter weiter, denn ich will immer noch die verdammte Waffe haben da. Ich bin gespannt, ob ich es diesmal schaffe mit Zelda. Empfohlen ist ja tatsächlich das hier. Aber ich habe nur so einen schwachen, ey. Einen, einen Taktstock des Windes. Ich glaube, da ist es doch viel besser, würde ich mal sagen, vor allem, weil es Combo-Bonus gibt. So, diesmal will ich aber nicht ver-kicken. Nein, diesmal will ich das versuchen, mal ein bisschen, ja, beim letzten Mal wollte ich ja einfach so den Hauptmann schon mal auszunehmen, dass ich ein Problem weniger habe, was auch geklappt hat, bloß ganz, ganz knapp zu spät. Also, wir sind hier. Ich glaube, ich sollte am besten gleich mal zu meinem Hauptquartier rennen, wa? Das ist, glaube ich, echt nur am besten. So, ja. Ich glaube, ich bin auf dem Weg zum Hauptquartier. Dünnel, 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 dünnel. So, ein Teil der anderen Truppen rückt gegen deine Truppen vor. Ja, ist klar. So, und dann ganz langsam und systematisch. Alles hier soweit. Erstmal in Reichweite abgrasen, ja? Zum Beispiel halt... Okay, warte mal, wer kommt denn jetzt, Alter? Sieh auf mich zu. Neue Mission. Besiege die verrückenden Typis. So, so. Pyroma da oben erstmal. So, okay, der geht ja ein bisschen doch recht fix hier mit ihr. So. Dann nehme ich jetzt erstmal die Festung da ein. So, falls... Oh, nee, halt, 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 halt. Es kommt ja Ena. Hier kommt Ena. Es ist Pyrama! Ja, ja, den kennen wir auch schon. Kennen wir schon, Leute. Der braucht sich hier nicht extra noch vorstellen, der Olle Sackmann. Yeah. So, ich bin gespannt, ob das hier auch gleich auf Ani Gold wird oder nicht. Ich bezweifle es ein bisschen. So, so. So, und der hat damals... Hat der beim letzten Mal unseren Dings da eingenommen? Der ist ein bisschen fies. Fats, 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 fats. Nein, nicht grabben hier, nicht grabben. Alter, wird er mich voll an die Bugis grabben. So. Oh, aber Zelda ist nicht so eine. Fats, 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 fats. Ey, meine Tüfe wären nicht schlechter da unten. Oh, da kommt das Ohr aufs Maul. Aber ist nicht so schlimm. Und so, Hauptkott, die ist wichtig. Und da bin ich jetzt schon in der Nähe und beschützt das. So, tschüss Pyrama, sag tschüss, Mann. Mission complete. So, das ist natürlich wieder eine Robo oder sowas fallen. So, ist egal. Ey, die haben unseren Vorposten eingenommen. So, die Truppen von Giram haben Verstärkung bekommen. So, wir brauchen ja ein bisschen Verstärkung. Was soll denn das hier? Hauptmaler ab. So, warte, sind sie noch für Typen? Aha. So, ne, ganz fetten. So, wumm, 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 wumm. So, fats, fats. Oh. Okay, die Tore zum feinlichen Lockhart, die sind offen. Gut. Anscheinend bestimmt durch den Sieg gegen Pyroma. Einfach mal schätzen und behaupten. So, der ist down. Ich habe voll viel Herzen verloren, aber ist okay. So, wieder voll. So, so, so. Alles hier im groben, ähm, klein erst mal. So, Volga kommt ohne. Ich mache ruhig auf den Wild. So. Oh, der ist wirklich Volga jetzt. Mann. So, zack. Okay. Der scheint aber stärker zu sein, oder? Ich teste es mal aus. Huah. Futs, fats, fats, fats. Äh, macht ihm gar nichts. So, sasa, sasa. Okay, ja, Geron Hauptmann wurde vertrieben. Ja, ist klar. Da oben bin ich ja auch momentan nicht. Also, was soll das? Huah. Lichtpfeil in your face. Und bei dem dicken auch noch gleich. So, ein Saucor-Ticket ist gut. So, ein Saucor-Ticket ist gut. Herzchen. So, so, so. Aber wie gesagt, ich glaube, mit Rang A ist jetzt auch ein bisschen blöd, weil ich muss mich ja jetzt... Ich kriege bestimmt nicht Rang A aufgrund der Zeit, weil ich ja echt nur das Herzteil und sowas haben will. Aber ist okay, dann macht das halt alles mal auf Screen. Wissen wir ja inzwischen schon. Und dass das denn doch mal so gang und gäbe wird. Fats, fats. Yeah. Bams. So, der ist auch down. Cool. Wir sind ganz starker hier weg. Den Rest sollte doch hier... So, Dicker zum Beispiel. Da ist doch hier der Farm, ja, Mann, hier. So. Down. Boah, hier sind ganz schön viele. Wir haben jetzt mal die erste Welle da gleich mal hinter uns gemacht. Ich will nämlich den Stützpunkt da rechts mal einnehmen. Der sollte uns nämlich doch denn was bringen. Ja, Alter, wo kommen denn Dief immer her? Das gibt's ja wohl nicht. Nochmals wie so eine fetten... Ja, da kommen jetzt aber nicht andauernd welche neu, oder? So, die Truppen vom Gypto sind stärker geworden. Ein schöner Scheiß. Aber er macht das noch so ein Megawirbler wieder. Boom, boom, boom. Fats, fats, fats. Und sagt Tschüss, Mann. So, ich muss jetzt mal gucken, ob wir... Ob das jetzt wirklich so gewollt ist, dass wir ja keine Chance mehr haben. Bam, 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 so. So, Schildmomme wurde zerschlagen. Das ist cool, Mann. So. Noch irgendwelche fetten hier? Ne, das ist noch so ein kleiner. So, wir müssen alle down sein. So, ich will jetzt niemanden hier. Von hier dürfen sollen keine mehr kommen. Ich habe jetzt mal ein bisschen Ruhe. Da ist immer noch so ein Pfeil. Es kommen immer noch Truppen hier. Aber erst mal soll die Ostfestung uns gehören. Dann kriegen wir hoffentlich Stoßtruppen von hier. So, wats, 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 wats. So, schön, die Bomben gebashed, Alter. Bam, bam, bam. So, die Westfestung droht natürlich genau jetzt zu fallen. Nicht so geil. Jung, zack. Okay. Schöne Kombo gelandet. Egal. Gucken wir euch, wie später drum um die Westfestung. Vielleicht bleibt es ja noch so lange, bis ich hier die Ostfestung eingenommen habe. Das wäre sehr schön. Aber man weiß es immer nicht halt, ne? So. Osteiligtum schon kurz davor zu fallen. Okay, das ist ja da. Ach, Mann. Man weiß echt nicht, warum man sich zuerst konzentrieren sollte. So übel. So, das ist auch, glaube ich, so gewollt, ne? So, so. Das gehört uns. Ähm, soll ich jetzt mal nach unten gehen? Wartet mal, die Westfestung. Da ist so ein gelber Punkt drin. Gehe ich erst mal da hin. So. Die Festung ist jetzt unser. Sendet mal bitte gleich Stoßtruppen los. Das wäre sehr cool. So. War das jetzt hier an der Westfestung los? Die soll jetzt nicht unbedingt fallen. So, wer ist denn hier der gelbe? Störenfried. Achso, du hier, wa? Ja, jetzt ist er gerade in euch starben. Okay. Cool, ihr Geron-Typis. Das macht ihr gut. Dann gehe ich mal da hoch und nehme die da ein. Ach, das ist ja die Hauptquartierfestung so. Ist die schon offen? So. Ja, okay. Ostteiligtum ging an die anderen Truppen. Tut mir so leid, Mann. Ach, hier ist ja auch schon der Festungskommandant da. Äh. Wie geil. Na denn. Der hat ja hier alles soweit eingenommen. Klingt ja richtig cool. So. Das gehört jetzt uns. Ähm. Und was heißt das jetzt für die gegnerischen Truppen? Weil das ist ja jetzt das gegnerische Hauptding, oder nicht? Fatz, 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 Fatz. Huh. Bams, wow. Let's go, Wubben. Yeah. Und. Zack. Schön reingeballert. Warum er überlebst das nicht mehr so? Okay. Droht jetzt hier nur irgendwas zu fallen? Fatz, 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 Hups. Oh, cool. Ich habe ihn abgeblockt. Ich habe ihn am Schreien gehindert. So, Verstärkung. Rücken zum Mobquartier. Das ist nicht so cool. Geh ich mal gleich wieder. Guck. Oh. Da muss einer geil werden. Nein. Nein. Schnell. Ja. Scheiß. Kripto. So, okay. Ja, langsam aber sicher. Langsam aber sicher. So. Stoßtruppen. Wo kommen die her? Was soll ich am besten einnehmen? So, was lange ich will zusammenarbeiten? Das ist alles cool, Mann. Hopple. Alter, ist klar. Hier. So. Hoffentlich beide auf einmal. Bams. Natürlich. So. Okay. Hier kommt man ja nicht. Komm ich irgendwie... Na, ich komme hier hoch. Die Tür ist offen, ne? Ah, da kommen jetzt aber so viele Stoßtruppen. Genau. Angehe vorbei jetzt. Oder? Äh. Ah, die sind noch da oben. Die sind noch da oben. Dann versuche ich jetzt mal hier einzunehmen. So. So. Da kommt sie. Ein Bote. Ein Bote, ja? Aber bestimmt nicht einer von meinen. Was will der Bote denn? Kannst du vergessen hier. Du gibst hier deine Post nicht ab, Mann. Oh. Ah, verdammt. Okay, okay, okay. Sag. Zack, zack. Ja, jetzt schaffst du nicht mehr. Jetzt schaffst du nicht mehr. Jetzt schaffst du nicht mehr. Yeah. Der Bote wurde besiegt. Cool, Mann. Oh, jetzt haben wir hier schon ein paar Goronen getümmelt hier drin. Sehr nice. Nice. Ostfestung droht zu fallen. Ah, ja. Das ist jetzt viel Stress da jetzt bei den Leutchens. Huh. Booms. Ja. Und. X-Schlitz. Unser Haukotter ist aber in Ordnung. Unser Haukotter geht es gut. Das ist alles, was ich wissen muss. So. Zack. Zack, zack. Zack. Okay, down. So, die gelben kriegen immer noch Stoßdruck, obwohl wir wohl ihr Haukotter eingenommen haben. So, dann nehme ich noch schnell die Ecke da oben ein. Dann müssen wir uns erstmal links oben um nichts mehr kümmern. Ah, gefallen. Boah, wer ist denn da drin? Total schnell. So, so, so. So, gehört uns. Okay. Damn, damn, damn. Sicher ist sicher. So, dann hole ich noch den... Dann habe ich mir den mittleren Punkt erholen sollen. Ja, ich sollte es wohl besser machen, weil hier kommen übelste Stoßtruppen an. Ist schon klar, Mann. So, so. So. Down. Wo kam die jetzt her, ist die Frage. Ich glaube, das hier oben einzunehmen bringt nichts. Wenn von da oben welche kommen, ist das sofort wieder eingenommen hier. Aber wenn ich schon auf dem Weg bin, war. So. Okay, dann nehme ich jetzt das hier ein. Von hier werden auch scheiß Stoßtruppen kommen. Aber habe ich keinen Bock mehr drauf, Mann. Und dann auf dem Rückweg nehme ich mir das wieder ein. Ah, ich sehe gerade, das gelbe Hauptquartier ist woanders. Wie, die wechselt? Keine Ahnung. So, und Gronenhauptmann ist in Bedrängnis. Da unten wird gerade wieder richtig schön eingenommen. Von den Bösen leider. Habe ich alles im Auge, Leute? Diesmal habe ich alles im Auge. So. So. Ja, okay. Da sind ein paar in Gefahr. Einer flieht. Aber wer ist denn da unten? Ja, okay. Da muss ich jetzt gleich mal dahin rennen. Kann ich ja gleich eine Abkürzung nehmen. Runterjumpen von der Klippe da. So, überlass den Rest. Mia. Was fein? Aber wer ist denn da? Guck mal, dann sind wir durch so eine rote Wolke, die einfach durchrennt. So, komm schon. Festlich Kommandant. Sagt ganz schnell auf Wiedersehen. So. Oh. Und da haben wir erstmal das Herz-Herror, den Herz-Container. Nächsten eins schon mal. Und es ist. Oh yeah. Der Herz-Container. Jetzt schnell runter, runter, runter. Ich muss runter, da. So. Lass mich durch. Dir lag da irgendwas. Genau. So, ich komme, Leute. Äh, wo sind die jetzt hin? Sind die alle da im Hauptquartier schon drin? Ach du Scheiße. Ja, okay, okay. Stoßtruppen werden auch wieder gesendet. Verdammter Mist, Mann. So, ist egal. Ich muss erstmal zum Hauptquartier. Was ist da los? Wer ist denn da? Jetzt kommt's. Wenn wir jetzt nicht am wenigsten. Okay, doch. Das sind fette Moblins. Das ist überhaupt nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Die arme Pfei. BAMS. So. Kein Moblin getroffen. Äh, den wollte ich gleich anvisieren. So, den hier wollte ich anvisieren. WUAH! Ha, watz! Watz, watz! Okay, okay, okay. Fies, Alter. Ich kann doch nicht einfach die arme Pfei hier so angreifen. Watz, watz! So! Und Triple Pfeil! Geil. So. So, öh. Wurde da gerade noch einer beschworen? Ich hoffe nicht. Was war das gerade? Ach nee, okay. Ach so, du war Pfei, die da ihren komischen Zuckel da macht. So, so, ha! So, so! Yeah! Level up und Moblin down. Okay, gut. Jetzt alles wieder im Grünen. Dann schnell den Vorposten einnehmen. Und dann wieder meine Ostfestung zurückerobern. Dann sollten die Roten relativ am Arsch sein. Ah, geil. Die Blauen hätten das beinah, die Goronen hätten das beinah selber von alleine wieder eingenommen. So. Okay, die rote Festung ist dann bald am Arsch. Dann kann ich mich um die, dann kann ich mich eigentlich jetzt schon um die Rote gleich kümmern. Mach ich auch gleich. Wie ich das hier eingenommen habe, geht's von rechts nach oben. Alle Vorposten einnehmen. Und dann ist das ein großes Ding. Da muss ich natürlich bloß noch, ja, den Herz, den Herr, das Herzteil suchen. Und das wird, glaube ich, dann mit mich den Aran kosten, weil ich den so lange suchen muss. Wüsste ich, wo es ist, würde ich natürlich, äh, nur, nur schnell die Fässungen einnehmen, die den Herz, den, den das Herzteil beinhaltet einnehmen. Aber, äh, ja, weiß ich leider nicht. So. So. Okay. Erste Ostfassung eingenommen. So, jetzt kriegen die keine Stoßtruppen mehr. Von den Vorposten schon mal gar nicht. So, und jetzt reicht nicht mehr von dem hier, wenn ich hiermit fertig bin. So, down. Okay. Jetzt kommen wir schon mal für den roten Typen. Vielleicht haben wir auch Glück und da ist jetzt direkt das Herzteil drin. Äh, die hat das ja geil. Uffe. Oder, oder, ach, weiß ich nicht. Der wäre natürlich übrigens fies, schau euch mal vor. Tja. Man muss ja erst eine Festung nach der anderen Platt machen und bei einer Festung ist dann tatsächlich das Herzteil. Na, ne, der wäre ein bisschen zu fies. Muss man ja echt raten, 50-50-Chance. So. Schnell den roten Platt machen. Oh ja, die gelben kriegen Stoßtruppen. Na, da kümmern wir uns gleich mal drum. Na, da kümmern wir uns gleich mal drum. Ah, Gira, der olle Sack. Nein, du vollfühst jetzt nicht wieder deinen komischen Tanz hier. Komischen Affentanz. Oh, yeah. Oh, Gira, guck voll. Ey, wie ich ihn trotzdem getroffen habe. Haha. So, Alter, Giral, Mann. Du hast ja hier volle Power hier. Warum der Magnus ist übrigens so? Oder hast du dich noch sehr lange nicht gewaschen? tag mal hier. Quats, 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 Quats. Hu. Quats, 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 Qualquer. Aber ist egal. Hier. Nicht feilen. Bams. So, die Token haben wir neue Verstärkung erhalten. Toll hier oben. Wir bringen sie dir ja nicht viel, Giral. Wenn du tot bist, gehört die Festung zu uns. So, faz, faz, quats, w Answer da, 1.000 Feinde besiegt. Komm schon, Giral, in die Bomben rein, los. What's? Yeah. Tada. Wow. Der wurde wohl nicht umgewirbelt. What's? 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 Boah, der ist weh. Ist da. So, 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 so. Lana im Bedrängnis. Lana. Ich hoffe, die ist jetzt nicht wichtig. So. Anna Stone. Ähm, na, die kommen ja nicht da. Solange die Dicken hier sind, kommen die ja nicht, kommen die hier nicht klar. Was wäre schon, wenn jemand zur Hilfe käme? Ja, Mann. Kann Feilup nicht mal machen. So, ich bin jetzt auf dem Weg. So, besiege den feindlichen Kommandanten. So, okay. Die Truppen von Gira im Rücken vor. Was für Truppen. Der hat keine Truppen mehr. So, ich bin natürlich jetzt noch den falschen Weg gegangen. So, Schildmobeln wurden zerschlagen. Oh, weia. So, die gesamten Truppen von Gira im Rücken gegen Pfei vor. Pfei darf nicht fliehen. Äh, es gibt keine Truppen mehr von... von Typis. So, ich wollte schon sagen, die ganze Zeit kommen wir irgendwelche Nachrichten. Ist ja alles schon mehr los. Ich dachte schon, haben wir jetzt verloren, aber nee. Wer kommt denn da? Ach, so ein scheiß Vieh, Mann. Hat mir ja gerade noch gefehlt. So, der da das heilenfeindliche Haukotel erobert. Alle ganzen Nachrichten, ey. Kommen alle jetzt erst. So, das Vieh ist natürlich übelst scheiße. Was sind die so ja dieser Bote wieder? Den wir beim ersten Versuch plattgemacht haben? Naja, eher doch, um denn diese Haukotelfestung zu öffnen. So, so, noch ein Düsschen. So, alles klar, Mann. Und tschüss. So, lebt Klarna jetzt noch oder ist der jetzt echt tot? Geflohen. Das ist ja wieder so lame. So, so, so. So, ja, da. Stirb, Mann. Du bist viel zu überpowered hier. Huh. So, so. Komm, gleich ist er down. Gleich ist er down. Das andere Haukotel ist offen. Gut. Aber es muss leider noch warten. Gesichtet. Boah. Es muss leider noch warten. Oh Gott, es sind da kleine gelbe Typen, die gerade sich in Richtung unseren Hauptquartier aufmachen. Aber ich hoffe mal, die sind nicht so stark. Da ist kein gelber Punkt dabei. Das müssten Pfeil und so hinkriegen, wie da alle gerade stehen. So. Auszeichnung der Göttin hat mal uns gehört. Deswegen ist das nicht so angeschlagen. So. Und sagt, da, 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 da. Schönes Tänzchen hier ist on. Scheiß Hauptmann hier. Was? 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 So, okay. Gehört auch wieder uns. Ähm. Dann was gelbe hier auf der Seite. Boah, jetzt haben die da echt, die gelben haben jetzt da echt so ein Haukotel eingenommen. Aber da ist gerade ein Stoßgruppen unterwegs, sehe ich auf der Karte. Ich vertraue denen mal. So. Ich schätze mal, ganz da unten wird das Herzteil sein. Ich brauche bestimmt viel zu lange. 15 Minuten haben wir einmal Zeit. Bin ich genau drüber. Ha, ha. Genau 15 Sekunden, 15 Minuten verbraucht. Jetzt kriege ich bloß noch einen Rang B bei Zeit. Schade. Ne, was soll ich machen? Ja, ist ja voll fies. So, so. Naja, wird irgendwann Offscreen gemacht mit einem höheren Level. Mit einem Kumpel an meiner Seite. Und dann geht das What's the Fuzz. Schade, ich wollte eigentlich das Upgrade zeigen. Naja, tut mir leid. Aber wenigstens kriegen wir dann raus. Was sind da unten gefallen? Naja, ich schätze mir, jetzt ist das Herzteil drin. Hier muss es ja sein. Und dann wird einfach oh Gott, hier einen und jetzt fertig. So, so. Tanzen und schießen und schlitzeln. Die perfekte Rezeptur. Der Corona-Band ist in Bedrängnis. Warum sind wir trotzdem beeilen, wenn die davon da oben Stoßtruppen kriegen? Das ist auch wieder blöd. Das soll sie dann in der Festung haben, die Säcke. So, komm schon. Komm schon, Mann. Dauert aber auch. Die Festung ist stabil. Dauert hier nicht eine Weile. So, dann kann man gleich. So, Hauptmann, wo bist du? Hatz, Hatz, Hatz. Yeah. Erobert. So, und Herzteil. Ist das wieder ihr erstes? Oh yeah. Anscheinend schon. So, also dann jetzt noch. Ja, dann mache ich jetzt noch schnell einen Part. Das bin ich euch ja schuldig, dass ich beim ersten Mal verkackt habe. mache ich jetzt die Mission auf jeden Fall in dem Part noch zu Ende. Zack, 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 zack. So, Corona-Fan ist in Gefahr. Oh, jetzt ist ein gelber Punkt. Verdammt, ey. Kommt die damit echt nicht klar? So, hier, du bist der Anführer. So, ich muss mich bloß noch dauernd machen, habe ich gewonnen. Natürlich klar, dass du wieder übelst stark bist, du, alter Typ. knalligst du erst mal zwei Pfeile rein. Äh, wieso hast du deinem geschossen? Die sehen an. Oh, und. Na komm, fahrt, fahrt. Äh, kann man den nicht ansehen, wenn der... BAM! Uh, das hat ja richtig viel abgezogen. Das reicht. So, naja, in Gefahr, die ganzen Hauptmänner da unten. Na, zertat, zertat! Hu, hu, hu. Bam, 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 bam. So, 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 so. Und gleich mit einen schönen Special Finishing. Ja, das heißt also die Special Ability hier Finishing. So! Huah! Wieder an so einer blöden Stelle, dass da nichts zu sehen ist. So, und. Zack, nochmal so renngeballert. Gott, der Sack, Mann. Hier, kriegst du noch ein Pfeil. Hast gerade eben drei Rennen gekriegt, aber es ist einfach noch ein. Weil es so schön sportlich ist. Hatz, 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 hatz. So, so, so. So, wie sieht's aus? In unserem Hauptpapier wird noch nicht eingebrochen. Die nehmen irgendwie erstmal alles andere systematisch ein. So, das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir haben zumindest alle Herzteile. Bam, bam, hu. Bam, bam, bam. Und dann können wir uns im nächsten Part über eine neue Wache von Link freuen. Da werde ich auch lieber nehmen. Und das wird ja überhaupt kein Problem sein. Was, das Hocken, der droht zu fallen? Mann, wieso? Wir haben gleich gewonnen hier. Komm, Pfeil. Äh, du schießt jetzt nicht in die falsche Richtung, oder? Yeah! Hab ich getroffen? Getroffen. Und wir haben gewonnen. Man hat nur gesagt dagegen, dass die Schlacht gewonnen wurde. Yeah! Ah, sehr schön. Ja, sorry, das war jetzt echt. Ja, seht ihr, wenn man die Herzteile und Herzcontainer suchen muss, ist das voll scheiße. Dann verschwendet man voll Zeit. Naja, aber eigentlich muss man ja auch die ganze Festung einnehmen, weil die sonst immer Stoßtruppen kriegen. Oder ist das vorbei, nachdem man eventuell Hokuto eingenommen hat? Ach ja, Zelda, ja, sie freut sich. Cool, Mann. So, übersprungen. Guckt euch das an. Ja, toll. Die Zeit das Einzige, wisst ihr. Sorry, aber, oh, ein besserer Taktstock. Oh, eine Lyra des Windes. Die hat auch schon total viel. Also, das kann dann weg. Das kann weg. So, hier haben wir eine richtig geile Starke. Voll cool. Ansonsten kann auch das noch weg. So, okay. Vorführe 26.000. Ah, Volgas Drachenspeer. Cool. Ist der neu? Ich weiß das nicht. So, sauviele Sachen, wie ich es mal bekomme. Geil. So, also Leute, dann, wie gesagt, wundert euch nicht. Ich habe ein bisschen was aufscreen beim letzten Mal gemacht. Habe auch wieder ein bisschen geskillt und so. Aber nur ganz wenig, weil ich brauche ja so viele Dinge. Ach, ich muss ja Rang A schaffen, um das hier freizuspielen. Oh. Mist. Soll ich das schnell machen noch bis zum nächsten Part? Das ist aber so scheiße. Wir machen im nächsten Part was an. Wir gehen im nächsten Part hier lang. Bis zum nächsten Part. Ciao.